So, das hier ist mein Luftballonsuchgerät, also wir haben hier eine Anzeige und hier meinen Detektor und da drüben ist ein Luftballon und wenn ich jetzt an den Luftballon neu herankomme, dann schlägt die Nadel nach Null aus. Wahnsinn. Ist das auch ein Packung für Kindergeburtstagspartys? Ja, ja, du kannst den Luftballon im Kasten verstecken, wenn dann kein paradaischer Käfig ist.